Wie ihr diesen Schmetterlings-Look schminken könnt, zeige ich euch jetzt. Für diesen Look verwenden wir wieder das Schimmer-Fairish-Set, das ihr im Kostümpalast-Online-Shop bekommen könnt. Und wir benutzen als erstes unsere Palette. Dafür, damit die Farben intensiver wirken, benutzen wir allerdings ein Fixing-Spray. Meinst du das jetzt von der Marke Glamglow? Ihr könnt aber jedes andere kaufen. Das gibt es in jedem Drogeriemarkt. Einfach danach fragen. Dadurch wirken eure Farben intensiver. Um das zu benutzen, nehmt ihr euer Pinselchen, das ihr im Set findet, und feuchtet das einmal an. Und geht dann in die Farbe. Wir fangen jetzt an mit der Farbe Pink. Das setzt ihr innen am Augenwinkel an und verteilt es bis ca. zur Mitte des Lids. Als nächstes machen wir wieder unser Pinselchen feucht an der anderen Seite und gehen in die Farbe Blau. Die tragt ihr jetzt auf der Mitte des Lids auf. Es ist einfacher, wenn ihr bei solchen Farben ein bisschen anpresst und die Farbe quasi auftupft, statt sie zu streichen. Gerade mit diesen Schwämmchen. Am Übergang zwischen Blau und Pink geht ihr, wenn ihr hier euer Pigment schön verteilt habt und der Pinsel quasi ein bisschen leerer ist, nochmal über den Übergang und verwischt das so ein bisschen. Immer schön vom Pink ins Blau. Und zuletzt nehmt ihr noch euer Schwämmchen, macht es nochmal kurz nass und geht in die Grün. Das ist nun dasselbe wie an diesem Übergang wieder, wenn ihr nicht mehr so viel Farbe drauf habt, schön die Übergänge ein bisschen verwischen. So, wenn ihr alle Farben aufgetragen habt und euch die Intensität genug ist, ihr könnt sonst auch nochmal über die Farben gehen und anpressen jeweils. Nehmt ein neues, sauberes von den im Schminkset enthaltenen Pinselchen bzw. Schwämmchen und verblendet oben an der Augenbrauen lang noch einmal die Übergänge. Das heißt, ihr fahrt einfach von innen nach außen, sodass die Farben sich ein bisschen verbinden können. Für eure Wangen gehen wir nochmal in das Pink. Einfach zwei Finger leicht drüber reiben. Ihr seht, das glitzert. Einfach verteilen, leicht antupfen und mit euren Fingerspitzen ein bisschen verblenden. Um den bunten Augen jetzt noch ein bisschen mehr Ausdruck zu verleihen, ziehen wir einfach am Wimpernkranz entlang einen Nilsstrich mit dem im Set enthaltenen Kajalstift. Jetzt benutzen wir genau diesen Kajalstift nochmal und machen unseren Schmetterling zum Schmetterling, indem ihr kleine Fühler ansetzt. Dafür überlegt euch erstmal, wie möchte ich die aufzeichnen. Wir möchten sie jetzt so ein bisschen schräg nach außen. Wir setzen sie aber nicht genau innen an, sondern ungefähr hier und gehen dann nach außen und malen ein kleines Kringelchen. Um die jetzt noch ein bisschen hübscher zu gestalten, setzen wir noch von den vorhandenen Glitzersteinen jeweils einen hier oben ein. Das Gute an diesem Set ist, dass die Glitzersteine schon von selber kleben. Das heißt, ihr müsst nicht nochmal extra Kleber kaufen, sondern ihr zieht sie einfach von der Folie ab, setzt sie auf, drückt sie kurz an und schon kleben sie. Um den Look noch perfekt zu machen, kleben wir jetzt noch diese ganz besonders ausdrucksstarken Wimpern an, die ihr auch im Set findet. Um die Wimpern anzubringen, müsst ihr erstmal gucken, ob die überhaupt auf euer Auge passen. Das heißt, ihr setzt sie einmal an, ohne dass Kleber drauf ist, am Innenwinkel eures Auges, das heißt da, wo die ersten längeren Wimpern sind, mit der kurzen Seite und geht dann nach außen. Dann merkt ihr euch ungefähr, wo eure letzten langen Wimpern sind und wo sie den Kranz der falschen Wimpern berühren und dort schneidet ihr ab. Am besten haltet ihr die Wimper unten und schneidet auch von unten, denn wenn ihr von oben schneidet, kann es sein, dass ihr andere Wimpern verletzt und die Wimper dadurch nicht mehr schön aussieht. Ihr merkt euch also ungefähr, wo sind die letzten längeren Wimpern und schneidet dann auf dieser Höhe ab. Dann nehmt ihr den mitgelieferten Kleber und bringt einmal eine dünne Schicht oben am Wimpernband an. Ihr könnt auch gerne nochmal drüber gehen. Solange bis ihr eine weiße Schicht oben seht. Dafür müsst ihr jetzt ein bisschen warten, bis das leicht angetrocknet ist. Das Gute an dem Kleber ist, ich weiß nicht, ob ihr es in der Kamera erkennen könnt, dass er leicht bläulich wird, wenn er antrocknet. Das heißt, er wird erst bläulich und dann durchsichtig. Sobald er so einen leichten Blauton erreicht hat, könnt ihr ihn einfach ans Auge ansetzen, denn dann wird er kleben. Das heißt, ihr erkennt an dem Farbwechsel ganz einfach, ab wann ihr es ansetzen könnt und wann nicht. Gibt man das Blau? Und dann einfach dort, wo ihr vorher abgemessen habt, die Wimper ansetzen und die beiden Enden nochmal von vorne leicht ans Auge andrücken, bis ihr das Gefühl habt, es haftet wirklich und dann könnt ihr auch weg. Und damit ist unser Look fertig. Danke fürs Zuschauen und viel Spaß beim Nachschminken. Bis zum nächsten Mal.